Irgendwie wird das ja schon gehen. Kann ich das denn da schon abschießen? Ja, kann ich. Au! Nein, ich wollte nicht in die Lava springen. Mist, ich muss da am besten speichern, glaube ich. Warum, wenn ich getroffen werde, falle ich immer in die Lava. Ich verstehe es nicht. Ich mache jetzt hier einen Speicherpunkt. Okay. Ob das so klug war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall... Okay, ich speichere mal kurz hier. Die schießen auch nicht mehr. Oh, Gott sei Dank. Wo kriege ich denn jetzt noch so einen Kartenfragmentstein dinkt sie her? Erstmal laufen wir hier über die heißen Polen. Wow, was war das? Benutze zum Betreten... Autsch! Ach, ich bin so doof. Okay, also da kann ich reingehen. Ich weiß aber nicht, was dann da auf mich wartet. Egal, ich werde es ja jetzt erfahren. Während sie im Flammenmeer des Horu-Bergs um ihr Leben kämpften. Oh nein! Ist der jetzt ausgebrochen? Naru! Und Kumo! Wünschte Naru, sich einzig und allein ihr Kind wiederzusehen. Ja. Ich möchte auch... Achso, ich kann aber jetzt auch wieder zurückgehen, ja? Okay, nicht, dass ich hier irgendwo... Denn da gab es ja noch, wo ich mein Kartenfragment reintun muss und so. Ah, ich bin jetzt einfach nur hier. Okay. Gibt es da oben irgendwas Tolles? Einfach mal hochhüpfen. Ich weiß nicht, da brennt es einfach nur. Ich glaube nicht. Okay, speichern wir hier mal. Und ab geht die Post mal wieder. Ah, ja. Ah, ja. Ach, du heiliges Kanonenrohr. Okay, kann ich das irgendwie auslösen? Und dann... Wieso schon mal nicht? Ah. Achso, das fährt dann wieder hoch und wird mich jetzt zerquetschen. Okay, ich verstehe. Ja, das war auch sehr gut. Hier kann ich auf jeden Fall nicht speichern. Schade. Und hier passiert das Gleiche nochmal. Okay, ich... Ich... Ja. Ich verstehe. Ich muss dem also irgendwie ausweichen und dann schnell runter und dann kann ich hier hin und dann kann ich kurz hier abwarten. Bevor das Gleiche dann hier wieder passiert. Ah, okay. Okay. Oh mein Gott. Kann ich hier stehen? Kann ich hier auch speichern? Ah, yay. Okay, hier muss man also schon geschickt sein. Aber ich meine... Ist ja cool. Ori, diese Felsen scheinen instabil genug zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht nutzen, um die Lava aufzuhalten. Drücke X, um seins Licht zu nutzen. Okay. Und jetzt? Bums. Oh. Also ich glaube nicht, dass das gut ist, was wir hier tun. Aber wer weiß. Ah, jetzt hört hier die Lava auf. Ach so. Okay, dann ist das vielleicht doch ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob das... Ähm... halt am Ende gut ist auch. Hier ist noch ein Geheimgang. Und was sehe ich da? Was sehe ich da? Errungenschafts-dreigeschaltet Kraftwerk. Du hast eine Energiezelle gefunden. Das war also die letzte. Geil. Ja, guck mal. Puh. Das war gut. So, dann... Gehen wir hier wieder zurück. Ähm... Ich brauche noch ein bisschen mehr Erfahrung. So. Ich kann dann jetzt auch da drauf gehen, oder? Ja. Wobei, das bringt mir auch nicht so viel. Ich muss jetzt hier wieder irgendwie lang. Ähm... Und dann nach hier. So, und jetzt... Muss ich warten, bis das runterfällt. Und dann schnell da drauf. Und dann ist das mein Aufzug. Haha. Ah, verdammt. Okay. Also da ist es schon ein bisschen schwieriger. Da wieder rechtzeitig wegzukommen. Nein. Ah, verdammt. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Vielleicht hätte ich hier mal speichern sollen, lieber. Moment, ich kann auch hier speichern, oder? Dann muss ich nicht wieder den Weg immer wieder gehen. Ich glaube, ich muss da am besten an die Wand springen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ah, ja. Ja, okay. Das hat funktioniert. Und dann wieder zurück zu dem Licht. Alles klar. Da oben gab es ja, glaube ich, nichts mehr. So. Dann hätten wir jetzt da unten so einen Strahl, ähm... Ausgeschaltet. Hier ist so ein Viech, ne? Das kommt dann gerollt. Äh, ja. Scheinbar konnte mich das doch treffen. Autsch. Hör auf zu hüpfen. Ich. War das hier? Ah, ja. Okay. Oh man, jetzt habe ich aber viel Energie verloren, du. Gar nicht so gut. Die haben alle irgendwie Nummern. Aber ich glaube, es ist egal, in welcher Reihenfolge ich die betrete, oder? So. Also, hier muss ich jetzt irgendwie nach da oben. Oder was? Oh. Was ist das denn hier? Muss ich die Kap... Ah. Muss ich die besiegen? Ja. Okay. Krieg ich hin. Ich weiß nur nicht, ob ich hier die auch besiegen muss. Oder wie das aussieht. Ach, Demine. Muss ich die alle besiegen? Vielleicht können die sich ja gegenseitig abschießen. Autsch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah. Ich hätte mal hier drin speichern sollen. Und dann nochmal hier. Wenn die Seelenverbindung aufgeladen ist. Jetzt. So. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, so schießt die aber leider nicht. Ah. Äh, ich glaube... Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Okay. Ich glaube, ich muss einfach hier durch. Aha. Aber nicht so. Ich... Ach, warum kann ich das denn nicht nochmal benutzen? Schieß doch! Okay. Also, eben ging das irgendwie besser. Ich glaube, ich muss einfach nach da oben. Wo nicht? Äh. Nein, da waren Stacheln. Ah, okay. Ja, es ist gar nicht so einfach. Okay. Okay, manche werden aber doch zerstört auch. Ah, kann ich mich hinter verstecken? Okay, kurz mal speichern. Und dann geht's weiter. Oh. Ähm. Was? Ich muss die aber doch jetzt nicht wirklich ernsthaft alle zerstören. Mann. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, oder? Kannst du nicht schießen, wenn ich nicht noch hier stehe? Das wäre so schön. Äh. Jetzt treffe ich den noch nicht mal. Okay. Wie mache ich das jetzt hier? Ich muss ja auch irgendwie wieder zurückkommen, ne? Nee. Naja, das hat nicht funktioniert. Gegen den. Okay, der wäre kaputt. Ich habe keine Ahnung, ob das, äh... Ob das richtig ist, was ich hier tue. Ach, die kommen doch nicht wieder. So wie es aussieht. Aber... Scheiße. Aber ich muss ja dann irgendwie auch wieder... Okay. Naja, warum benutze ich eigentlich nie die Feder? Ah! Weil ich mich jetzt... ...sofort in die... ...ähm... ...in die Flammen selber schreuder. Oh Gott. Hat das funktioniert? Oh mein Gott. Jetzt aber mal ernsthaft. Das war ja mal mega beschissen. Ah naja, okay. Ich habe es geschafft. Dann... Äh, so. Löschen wir den nächsten Strahl aus. Der befindet sich dort. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Aber gut. Meine Güte. Das ist aber hier echt, äh... ...keine leichte Angelegenheit. Ich glaube, wahrscheinlich muss ich jetzt... Wie soll ich das denn machen? Wie komme ich denn jetzt da rüber? Ähm. Ich frage mich... Vielleicht... Okay. Ich frage mich... Ach man. Außerdem noch, wie man mit Supersprung Gegner töten soll. Ach man. So, schnell hier nochmal speichern. Ähm... War das jetzt eins tiefer einfach nur? Wahrscheinlich. Ich werde es ausprobieren. Ah. BC, DE, FG. Okay. Wie komme ich denn nach da oben? Verdammt. Äh. Äh. Verdammt. Okay. Also hier... Hm. Diese Dinger, die der schießt, kann ich ja nicht benutzen. Autsch. Oh, das war knapp. Ich weiß aber trotzdem noch nicht so richtig. Kann jetzt hier... ...en Supersprung nach oben machen. Warum rutsche ich da immer runter? Warum kann ich mich da nicht festhalten? Probieren wir das nochmal aus. Vielleicht... ...wenn ich... Aha. Ah, okay. Hier muss man... Okay. Ach. Gemein. So, und wie komme ich jetzt noch nach da oben? Vielleicht mit einem Supersprung? Yes, Baby! Okay. Geh weg. Ich wollte hier speichern. Und ich muss mal mehr Gegner töten, damit ich... ...damit ich nochmal einen Erfahrungspunkt kriege. Wie wär's mit denen? Die sind eh nervig. Na komm schon, töte ihn. Sehr schön. Und den da auch? Kann ich den... ...mit der Stichflamme töten? Ja, kann ich. Okay. Was nun? Was ist das denn da oben? Kann man das irgendwie kaputt schießen? Autsch. Nein, 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 nein. Geh weg. Ähm. Muss ich das da irgendwie kaputt machen? Achso, ich kann hier drüber. Aha. Okay. Ja, das war ziemlich blöd. Ich weiß auch nicht, was ich da angestellt habe. Hier tropft's. Achso, deswegen muss ich oben lang. Okay, ich verstehe. Und jetzt... ...muss ich wahrscheinlich... Ach, ich kann mich einfach festhalten. Ich vergesse das immer, dass ich ja klettern kann. Oh Mann, ich hab Angst, dass ich in die Stacheln falle dann. Ah ja, klar. Nein, 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 nein. Wieso? Okay, warte. Wieso speichere ich nicht hier? Das ist, glaube ich, besser. Okay. Vielleicht muss ich mehr nach oben? Ach Mann, ich möchte... Ich will nicht in den Stacheln stehen bleiben. Okay, ich probiere es einfach mal. Einfach mal so. Ach Mann, nein. Nein, 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 nein. Okay. Stunden später habe ich es dann mal rausgefunden. Ja, wow, das war jetzt super. Ich glaube, ich muss da gar nicht lang, oder? Ich kann auch einfach hier durchgehen. Nee, ich muss... Ich muss... Ich glaube schon, dass ich hier oben lang muss, weil sonst... Warum sollte man das hier so machen? Okay. Auf unstabilen Boden kann man nicht... Ja. I know. So. Jetzt... Kommt dieser scheiß Gegner. Mach ihn kaputt! Ey, das... Das hätte viel schneller gehen können. Ähm, und jetzt... Oh Gott. Muss das sein? Ich mag diesen Gegner wirklich überhaupt nicht. Hä? Ich bin auf der falschen Seite. Oh mein Gott. Das war aber jetzt so eine knappe Kiste. Jetzt bin ich auch auf der falschen Seite. Nein! Ah. Okay. Okay. Ich verstehe. Das ist aber... Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Hey. Ich sollte hier speichern, dann... Ähm... Äh, geht das beim nächsten Mal besser.